Wir können jetzt hier nicht weg, weil wir haben jetzt einen wichtigen Aufentrag mit diesen Kunden angenommen. Ja, zu dem Aufentrag kannst du mir doch gleich mal was sagen, Katja. Ja, wir sind heute hier, weil wir eine Aktionswoche gegen die Finanzen und der Kommunen machen. Man muss ganz klar sagen, dass die schwarz-gelbe Steuerpolitik die Kommunen an den Mittelstab bringt. Das wollten wir hier verdeutlichen. Aber wir haben jetzt erstmal einen anderen Aufentrag bekommen, weil eine Frau, die hier reiten möchte, ins Rathaus ihren Hund nicht mit reinnehmen kann. Und insofern ist jetzt unsere Hauptaufgabe natürlich, den armen jungen Welten mehr etwas zu beruhigen.